Ja, hallo ihr Lieben, das ist mein neues Buch, auch in deiner Buchhandlung, mein wunderschönes Kurssystem findest du auf libyship.de. Ja, genau, und heute haben wir das gute Laune-Thema, ja, ich habe einen Job in einer anderen Stadt und habe eine Freundin und was mache ich jetzt, Fernbeziehung, ja, nein, und genau. Ja, es gibt übrigens schon eine Voranfrage von diesem Herren hier, wenn ihr euch die auch noch angucken wollt, dann verlinke ich die mal unter dem Video, ich hoffe, ich denke dran, sonst schreibt das mir bitte in die Kommentare. Äh, immer noch sehr erkältet, warte immer noch auf Positiv-Test, aber nach wie vor negativ, 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 aber man hört's. Ja, gut, ähm, so, ich war und bin immer noch Mitte 20 und habe mich damals in eine junge Frau verguckt, die damals einen Freund hatte. Ähm, es gab einen kurzen Kuss und dann ging das Abenteuer los. Ja, gut, ich bin von solchen Konstellationen ja nicht so Freund, habe ich, glaube ich, auch in dem Vorvideo gesagt, aber, nun gut, jetzt ist es so und ihr seid jung, ja, was soll's. Äh, wir haben uns noch ein bisschen hin und her weiterhin als Freunde getroffen, obwohl klar war, was das dann mehr in der Luft ist. Sie hat dann nach einigen Wochen tatsächlich mit ihrem Freund Schluss gemacht und darauf begannen wir unsere Beziehung. Ja, ist im Großen und Ganzen ja auch ganz sauber, manchmal verguckt man sich einfach an jemand anders und, naja. Am Anfang war es für mich schwer, mich zu öffnen, weil ich daran gewöhnt war, dass ich in der alten Konstellation irgendwie machtlos war. Doch das lest sich nach einer Zeit und es wurde wirklich sehr schön und vertraut. Wunderbar! Das Ganze ist nun circa ein Jahr her und wir sind ein Paar. Leider musste ich nach einigen Monaten wegziehen, weil ich einen Job in Rio de Janeiro angeboten bekommen habe. Und sich für mich in der Studienstadt keine wirklich interessanten Optionen anboten. Seitdem führen wir eine Fernbeziehung, was mir überaus schwerfällt. Na gut, ich weiß jetzt nicht, in welcher Stadt sie wohnt, aber ist ja alles machbar, ne? Mein Gott. Also ich finde, Fernbeziehungen sind, das spricht eigentlich nichts dagegen, so, ne? Ich meine, man hat so sehr einen Nachteil, logisch, bestimmte Nähe-Distanz-Probleme stellen sich manchmal gar nicht in der Fernbeziehung, weil es so automatisiert ist. Klar, wenn man sich zu wenig sieht, ist es blöd. Wenn man kein Vertrauen hat, ist es blöd. Und wenn sich dahinter irgendwie so Bindungsangst maskiert, ist es natürlich auch blöd. Aber ansonsten würde ich da jetzt nicht so einen Fass aufmachen, deswegen, ne? Dazu muss ich sagen, dass es schon meine zweite Fernbeziehung ist und ich mich frage, ob sich dahinter ein Muster verbirgt. Naja, bei zwei, also in dieser mobilen Welt würde ich jetzt auf zwei Fernbeziehungen noch nicht von Muster reden, ne? Äh, dass ich vielleicht ernsthaften Beziehungen ausweiche, zumal wir uns kennenlernten, als ich schon wusste, dass ich circa in einem halben Jahr wegziehen würde. Fädel ich das unbewusst so ein, dass ich wirklich in Nähe irgendwie umgehe. Ja, ich dachte, findest du die so hot hier so, oder war das nicht so? Äh, aber, naja, das würde es, glaube ich, zu weit gehen, dass man, weiß ich nicht, schon Sachen so, wenn man jemanden gut findet, findet man ihn gut, ob man dann so viel dran denkt, was jetzt im halben Jahr ist, weiß ich nicht. Seitdem haben wir jedenfalls eine Beziehung, die sich, äh, für mich immer so anfühlt, als hätten wir begrenzt Zeit. Weshalb ich tatsächlich, äh, drunter leide. Ich habe schon überlegt, Schluss zu machen, habe aber Angst, dass das ein Fehler wäre und es womöglich eine Art Bindungsangst dahinter steckt und dieses Gefühl auslöst. Ja, das wirkt irgendwie so ein bisschen konfus, sage ich ganz ehrlich, weil einerseits leidest du drunter, dann wäre es ja eher so Angst, sie zu verlieren oder dass du nicht genug Zeit hast für sie, ähm, also, dann willst du ja eigentlich mehr Nähe. Und gleichzeitig sagst du aber, Bindungsangst und weniger Nähe und überlegst Schluss zu machen, also, da kann ich dir nicht so ganz folgen, da musst du vielleicht mal in dich gehen, gucken, was da eigentlich los ist. Aber es wirkt für mich so ein bisschen so, als wenn du so ein bisschen sehr im Kopf fährst, ne, als wenn du nicht sagst, hey, heute haben wir einen schönen Tag, äh, heute sind wir hier in Berlin und klettern aufs Brandenburger Tor und machen lustige Sachen und gehen in das Spree schwimmen und, äh, mal gucken, was morgen ist, ähm, dann, äh, hast du ja auch einen Job, du hast ja auch zu tun vermutlich mal, dann hast du Missionen, Welt retten, äh, Berlin retten und ich weiß nicht was. Und, äh, ja, dann bist du eben dein Job und dann kommt wieder deine Freundin, ne, also, hört sich für mich nach einem ganz, ganz netten Leben an, ähm, und, ja, also, du bist da nicht im Moment, ne, ich weiß, das ist immer leicht gesagt, aber gut, das ist jetzt das, was ich hier sagen kann, also, man kann, hat sowieso immer nur den aktuellen Tag, also, keiner von uns weiß, ob eine Beziehung am nächsten Tag noch Bestand hat, ne, jeder kann sich plötzlich trennen, das habe ich hier immer wieder in den Mails, es kann irgendwas passieren, also, wir haben immer nur den jeweiligen Tag und müssen versuchen, das Beste draus zu machen und, äh, du bist immerhin schon in der Zukunft, was ist, wenn sie jetzt morgen weg ist, äh, was ist, äh, also, keine Ahnung, was sich da so triggert, aber, fällt mir auf, sie muss dort noch circa zehn Monate studieren und danach wäre es denkbar, dass sie zu mir zieht, wozu sie auch bereit wäre. Ja, ähm, das hatte ich eben Rio de Janeiro gesagt, ne, ja, also, geht hier um Berlin, aber ist ja auch, wurscht, kann ich auch Berlin sagen, ähm, genau, äh, ja, ey, ist doch eine feine Sache, wenn eine Freundin noch mit nach Berlin kommt, ist doch großartig, und zehn Monate, ey, mal ehrlich, ist doch nichts, ist gar nichts, ey, echt, ich habe das Gefühl, entscheiden zu müssen, ob ich diese Fernbeziehung aushalte, Schluss mache oder gegebenenfalls wieder zurück zu ihr ziehe, was sind das für Ideen, warum willst du denn zurückziehen, also, erst mal, wie uncool ist das, wie wenig in deiner Polarität, mein Gott, du gehst jetzt nach Berlin, du rettest die Welt, du hast deinen Job, äh, und sie kommt zu dir, das ist genauso, also, nicht, dass man auch zur Frau ziehen könnte, aber es ist alles super, ne, es ist alles, und warum willst du dann zurückgehen, also, es geht, das Leben geht nach vorne, nicht zurück, ne, es wäre dann auch nicht so wie vorher, weil da jetzt, dann würdest du denken, mein Gott, warum habe ich diesen coolen Job gelassen und, äh, und, ja, aushalten, was heißt denn das, also, entweder du kannst nicht gut allein sein, dann üb das, und Schluss machen, musst du mich jetzt nicht fragen, also, entweder du findest sie gut, oder du findest sie nicht gut, kann ich dir jetzt nicht sagen, ne, wenn sie nicht gut findest, dann kannst du natürlich Schluss machen, aber, ähm, irgendwie scheint es mir nicht ganz klar zu sein, was du willst, ne, und das kann letztlich, kannst du das aber nur du wissen, ne, zu ihr ziehen und Schluss machen wären im Grunde die konsequentesten Optionen, weil die Fernbeziehungssache wirklich das größte Problem ist, meiner Meinung nach, ich kann es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, auch nicht aus deiner Mail, was daran jetzt so schlimm ist, zehn Monate Fernbeziehung zu haben, mein Gott, ey, das, weiß ich nicht, ich, früher mussten wir zwei, zwei Jahre Zivildienst und so ein Scheiß, ne, konnten wir auch nicht sagen, nee, mach ich nicht, mach ich nicht, bleib hier, äh, oder Wehrdienst, ja, damals in den 80ern, ne, äh, ja, pff, ne, das Leben geht weiter, ne, und, also, was daran jetzt irgendwie so konsequent ist, äh, ich find's super unkonsequent zurückzuziehen und wie gesagt, Schluss machen, ich, ich weiß es nicht, findest du sie gut oder findest du sie nicht gut, ne, äh, äh, vielleicht gäbe es auch eine Möglichkeit für ein halbes Jahr zu ihr zu ziehen, jedoch habe ich die Sorge, dass wenn ich nicht wirklich committed bin und zu ihr ziehe, es nicht ganz ehrlich wäre, ja, ich kann's nicht verstehen, findest du deinen Job jetzt zu scheiße, findest du Berlin zu scheiße, ich versteh's wirklich nicht, wo ist das fucking Problem? Also, ich glaub, du musst erst mal überlegen, was du eigentlich willst und das baust du von oben auf, welchen Job will ich haben? Okay, den Job gibt's in Berlin, gut, dann geh ich nach Berlin und die Beziehung, mein Gott, du bist auch, du bist ja nicht 57 oder 83 oder so und die Beziehung rückt dann eben mal momentweise in den Hintergrund und ist so alles supi, sie kommt hinterher und, aber, keine Ahnung, wenn das, äh, jetzt dieses ganze Unklare an dieser Melder herkommt, dass du nicht mehr weißt, ob du sie wirklich gut findest, ja, dann bespricht das mit dir und, äh, bevor sie nach Berlin holt, irgendwie, das scheint mir so die entscheidende Frage zu sein, weil, wo ist das fucking Problem? Wir warten ja zusammen, ihr habt eine Basis aufgebaut, ihr macht 10 Monate Fernbeziehung und dann kommt sie zu dir nach Berlin, das ist eine supergeile Stadt, wo ist das fucking Problem? Oder ich versteh's gerade nicht, könnt ihr ja mal kommentieren. Hier also meine Frage ist, dieses nicht-committed-Sein an eine bindungsängstliche Reaktion, ja, kann sein, aber du findest sie einfach nicht mehr so richtig gut, mein Gott, kann ja, das soll auch vorkommen, ne? Äh, ich suche gerade noch so meinen Platz in der Welt und hab das Gefühl, dass das gerade als Single einfacher wäre. Ja, das würde ich verstehen, wenn du jetzt sagst, ey, ich bin jung, ähm, ich will jetzt mal gucken, was geht denn so im Berghain, äh, im, wie heißt die, wie heißt die ganzen Clubs da, Katerblau, was geht da so ab, irgendwie, äh, wen kann ich da am Tempelhofer Feld treffen, wen gibt's alles noch für mich, ja, und in das Verbindnis mit einer neuen Stadt, äh, also wenn das jetzt der Grund ist, warum du so zögerst, fair enough, dann sag ihr das ganz ehrlich, und, äh, ja, dann hat sie auch die Gelegenheit, sich jemanden zu suchen, der sie wirklich will, ne? Aber halt sie bitte nicht warm, das wollen wir ja nicht, ne? Äh, da ich aber schon eine Bindungsängstlichkeit aufhabe, Berufweise frage ich mich, ob ich mich in die Beziehung hier selbst abortiere, würde mich sehr über eine Einschätzung freuen. Ja, am Ende des Tages ist es auch eine, also Steffi Stahl sagt das ja immer gerne, das stimmt auch meiner Ansicht nach, Liebe ist auch eine Entscheidung, ne? Also du, jetzt aber in den Zwanzigern finde ich es auch völlig okay, sich gegen eine Beziehung zu entscheiden, ne? Also, aber auch dafür, also es ist eine Entscheidung, und man darf jetzt nicht denken, dass es immer so ist wie in so einem Hollywood-Film, dass man so jeden Tag hundert Prozent verknallt und bam, bam, bam und weiß ich nicht, wir denken den ganzen Tag aneinander und fallen zehnmal am Tag übereinander her, ne, dann wird es irgendwann, ist ja auch richtig so, dass eine Beziehung auch mal ein bisschen in den Hintergrund rückt und du dann deine fucking Arbeit machst, so ist das Leben, ne? Und deine Mission, also deine Mission machst, muss ja auch nicht unbedingt eine Arbeit sein, ne? Aber deine Mission machst und fertig, ne? Und aber ob du sie jetzt, also natürlich, wenn man so ein bisschen, wenn du das identifiziert hast, so ein bisschen bindungsängstig ist, ähm, macht es schon häufig Sinn, da am Ball zu bleiben und dann könnt ihr so eine Fair-Beziehung auch sogar helfen und das weiter zu verfolgen und auch mit ihr zu kommunizieren und wo, also was heißt, also bindungsängstig ist ja auch ein Prozess, ne? Was heißt denn das? Willst du mehr Raum? Ähm, aber wie gesagt, die Mail ist so ein bisschen durcheinander, vielleicht musst du dich auch noch mal ein bisschen sammeln, ne? Das stand mir so, wie gesagt, was völlig okay ist, muss in den 20 Jahren erst nicht alles wissen, ne? Auch später nicht, also ist alles in Ordnung, aber das wäre so mein, äh, Feedback und wenn du jetzt sagst, boah, dann ist es mir doch zu, ähm, das ist auch gar nichts über sie geschrieben, ist sie dir zu anhänglich, also wo ist überhaupt das Problem, ne? Findest du jetzt doch nicht mehr hot, also, das müsste mal auf den Grund gehen, wo überhaupt das Problem jetzt genau ist, weil man nimmt seine Probleme natürlich mit, natürlich kannst du irgend so ein, äh, Ostberliner Mädchen daten oder ein Westberliner oder sonst was, äh, aber deine Probleme nimmst du mit, Es kann sein, dass du das gleiche wiederkriegst und, ähm, ja, und dann könnte man auch gleich in der aktuellen Beziehung bleiben, weil wenn man jetzt zu viele Beziehungen durchzieht, dann geht man manchmal ja auch das eine oder andere kaputt im Heim, sag ich mal, und, äh, man wird so ein bisschen, äh, ausgelutscht irgendwann, äh, und, ja, also von daher könntest du dann auch das weiter, ähm, explorieren, so, ne? Klar, wenn, äh, wenn man dann nur das, also vielleicht das, ja, wie gesagt, das ist einfach eine Entscheidung auch, also Bindungsangst ist auch, ähm, immer wieder zu überlegen, ob es noch jemand Besseres gibt, das ist auch Bindungsangst, ne? Und wenn du sagst, die ist eigentlich gut genug, weil mehr können wir nicht wollen, auch, äh, sagst du selbst die Wissenschaft zum Beispiel bei, bei Müttern, das sagt immer, die Mutter muss, äh, gut genug sein, das braucht keine perfekte Mutter und genauso brauchst du keinen perfekten Partner, ne? It's up to you und wir sehen uns bald wieder.